glück auf meine lieben freunde ruhrpott outdoor hier mit einer neuen folge besser noch ein messer ich habe ein paar sachen mitgebracht heute nicht gerne zeigen würde ich wollte so ein video machen wie meine top 3 edc fix knifes und dann habe ich gemerkt auf drei kann ich mich überhaupt nicht beschränken dann macht doch eine top 5 dann hatte ich überlegt ob ich vielleicht eine top 35 machen soll weil es dann immer mehr wurden aber ich dachte ich mache einfach mal eine reihe die heißt meine top edc fix place und beschränken mich da überhaupt nicht auf die zahl weil da kommen immer neue dazu und andere gehen vielleicht auch wieder deswegen heute fangen wir an mit den ersten drei messern die ich euch gerne zeigen würde im bereich fix place everyday carry bleibt dran wenn ihr bock habt wir sehen uns gleich nach dem intro oh da seid ihr schon wieder ja also ihr seid dran geblieben also habt ihr genauso viel bock wie ich wie immer finde ich super wir steigen direkt ein ich habe hier ein paar sachen mitgebracht die ich euch gerne zeigen würde die reihe heißt wie gesagt meine top edc fix place und als erstes würde ich euch gerne was richtig abgefahren das vorstellen ich habe hier nämlich was das lege ich mal hierhin und das ist das wie man oben drauf schon sehr gut erkennen kann das modell trader von der firma jrw gear ziemlich geiles logo wie ich finde auch eine ziemlich geile packung mit diesem oldschool boxer hier drauf mit solchen motiven kriegst du mich auf jeden fall immer finde ich super cool gemacht das messer ist ziemlich abgefahren und ist vielleicht jetzt nicht das wo jeder sagt ach ja klar das hatte ich auch schon auf dem schirm viele kennen das ding überhaupt nicht und das ist tatsächlich frevel weil es ist mal was ganz anderes und was ganz anderes finde ich auch meine schreckliche aussage es ist so wenn man so frauen die vom friseur kommen irgendwie wenn die sagen wie für jetzt meine frisuren sagen das war was ganz anderes ist jetzt nicht unbedingt immer ein kompliment hier soll das aber ernst gemeint sein das ist wirklich ein kompliment wenn man das ding hier aufmacht dann kommt einem schon diese wahnsinnige nummer hier entgegen also als erstes finde ich immer geil ein aufkleber der mit dabei ist mit dem schriftzug und diesem nagel drauf der mich auch so ein bisschen an lms gear oder devils blueprint tattoo erinnert finde ich richtig cool diese dieses nagel design gefällt mir und dazu noch und da geht ja mein herzchen auf einen jrw patch der auch glow in the dark ist und zwar ein richtig krasses glow in the dark apropos glow in the dark ihr seht hier neben mir den trz patch der auch jetzt demnächst bei der knife lounge erhältlich ist täglich rumschleppzeug der patch vom mitsch ist ungefähr die gleiche größe tatsächlich sogar ziemlich cool schaut einfach mal rein bei der maxi auf die seite da gibt es auch unsere patches zu kaufen unter anderem auch die richtig coolen dinger wie blutgruppe mayonnaise oder birkenrinde brennt halt die fresse et cetera pp der neueste patch den wir ausgemacht haben ist der besser noch ein messer knife deck patch den sollte ich auf jeden fall mal anschauen also checkt einfach mal die sachen aus bei der maxi jetzt geht es aber weiter mit dem trader also ich leg das mal hier zur seite trader patch aufkleber dann ist hier noch mal so ein schönes wirklich großes tuch drin das ist mikrofasertuch zum einwickeln aber auch zum reinigen abwischen der klinge et cetera ihr kennt das ziemlich cool gemacht von der haptik her ganz geil finde das immer fies wenn man so etwas raue finger hat und dann überall an diesen tüchern kleben bleibt das ist hier nicht ganz der fall so packung kommt mal aus dem weg und dann haben wir das schöne stück also es beginnt schon ziemlich abgefahren muss ich sagen das ist jetzt nicht gerade ein alltags design wir schauen uns das ganze erstmal hier von außen mit der scheide an wenn man die scheide umdreht hat man hier einen ganz abgefahrenen clip hier steht pull the dot das ist ganz einfach um hier das zu lösen hat man diese kleine schnalle dran der knopf rastet super ein man kann das hier einfach anheben und hat man hier eine flexible das ist gummiartig könnte fast neopren sein ich bin mir nicht ganz sicher nee glaube ich nicht das werde ich noch eruieren schreibe ich in die kommentare unten oder in die video beschreibung aber das ist ziemlich abgefahrene nummer dieses messer hier zu befestigen man kann natürlich anhand der vorrichtung an der scheide auch sämtliche standard befestigungen wie ein ulti clip oder sowas dran machen das überhaupt kein problem aber das hier finde ich auch ganz cool weil man es halt irgendwie auch bewegen kann und halt somit auch irgendwie so tragen kann wie man das gerne hätte das finde ich also schon ziemlich durchdacht und auch eine ganz witzige sache das design ist bei dem messer übrigens von jamie williams und das messer ist wie gesagt von der jrw oder jrw gear company und jetzt holen wir das teil mal aus seinem gefängnis alter schwede was geht hier ab also das ist ja wohl schon mal eine ziemlich krasse ansage oder also das ist alles andere als der absolute standard man kann sich das hier irgendwie am anfang gar nicht mal so richtig geben ich habe auch gedacht dass ausgepackt habe was für ein futuristischer mist aber es hat mich auch irgendwie gleichzeitig gecatcht das abgefahrene ist in erster linie mal wenn man es auspackt direkt das griffmaterial man fasst es an und man weiß gar nicht so genau was ist das erinnert mich das an irgendwas ist auf jeden fall rutschfester als es am anfang scheint es ist auch hier ein extremes glow in the dark also das ding geht richtig ab das zeige ich euch aber mal auf den fotos die ich vorher gemacht habe und auf den aufnahmen da sieht man das ein bisschen besser weil jetzt hier in der vollen kamera beleuchtung kommt das wahrscheinlich auch nicht so gut raus ein fetter schriftzug auf der klinge jrw ganz futuristisch anmaßende formen also allein die klinge hat so viele geometrische flächen dass man am anfang gar nicht mehr weiß wo man hingucken soll es ist wirklich das verrückteste was ich in letzter zeit in dem bereich und in der größe vor allen dingen gesehen habe aber ich muss euch ganz ehrlich sagen hat mich sofort gekriegt das ding nämlich wenn man es auspackt hat man das gefühl all right over designt weiß ich nichts mit anzufangen kann man das benutzen was ist das überhaupt für eine klingen form wer hat da schlechtes zeug geraucht beim design und dann nimmst du es in die hand und automatisch merkst du alter da hat sich aber mal jemand gedanken gemacht und zwar nicht irgendwelche bekifften gedanken abends vom fernseher sondern das ist wirklich richtig durchdacht das ding schmiegt sich sofort in deine hand diese halb rund ausgefräste form in der klinge und genau so muss man das auch nennen weil das hat überhaupt nichts mehr mit irgendeinem dieser fachausdrücke die man bei klingen geometrien benutzt zu tun das ist mal was ganz neues da rutscht der daumen sofort rein man hat das ding fest in der hand man sieht also als wäre es dafür gemacht das ist auf jeden fall ein cutter vom allerfeinsten der stahl ist magna cut was das ganze natürlich noch mal auf ein ganz anderes level hebt und der griff selbst von dem ich gerade schon so gesprochen habe in der ankündigung der nennt sich das material nennt sich rich light ist etwas das ich vorher so noch nicht auf dem schirm gehabt habe jedenfalls also ich kann mir vorstellen ich habe es wahrscheinlich schon ein paar mal in der hand gehabt ohne zu wissen was es ist aber das ist schon wirklich irre es hat hier unten so kleine anmackungen da weiß ich nicht genau ob das jetzt hier das vorführstück ist oder ob das der klassiker ist bei dem ding durch die scheide kann ich mir jetzt nicht vorstellen dass das entsteht ich muss mal eben schauen doch genau daher kommt es das sind ist abrieb von der von der scheide natürlich bei so einem hellen material das auch noch glow in the dark ist ist klar dass da kleinste spuren zurückbleiben das tut dem ganzen aber auch überhaupt kein abbruch und wenn wir es schon mal hier so stehen haben dann steht hier auch gleich drauf von wem das ganze produziert wird nämlich tactile company aus den usa das messer hat eine gesamtlänge von 17 zentimetern und das klingen finish ist in dem fall stonewashed dass die klingen form ist eine one cliff klinge bei maxi auf der seite beschrieben als cyber warncliffe klinge und das trifft das ganze auch auf den punkt ist ein richtig cooles teil und das abgefahrenste an dem ganzen ding finde ich vier lanyard holes am ende da denkt man jetzt was soll der miss denn in erster linie ist es mal eine coole idee um ein bisschen gewicht zu sparen das hört sich jetzt blöd an aber bei einem messer in der größe sind ein paar ausgebohrte stellen schon signifikant was das gewicht angeht gerade wenn es eine klinge ist die ein bisschen dicker ist als eine zwei millimeter klinge und man hat natürlich auch die möglichkeit hier vier verschiedene lanyard positionen sich auszuwählen und auszusuchen ich weiß nicht ob das unbedingt notwendig ist aber es gibt natürlich leute die wollen das lanyard lieber ein bisschen weiter vorne haben um es dann vielleicht noch mal irgendwo rum zu wickeln zum festhalten die wollen es hinten haben um eine verlängerung für größere hände zu bilden das muss jeder für sich selber entscheiden was mir aufgefallen ist unheimlich cool wenig markings auf der klinge hier nur dezent ist auch anders aber der schriftzug magna cut und auf der anderen seite ein richtig fettes jrw in einer coolen typo toll ausgewählt designtechnisch ist das ding auf jeden fall hier ganz weit vorne magna cut wie gesagt ist der stahl die klingenstärke liegt hier bei 3,1 mm das ist schon mal ein ordentlicher klopper für ein kleines teil made in usa komplett wird als vom messer typ her als everyday carry messer bezeichnet und das ist es in meinen augen auch ist ein absolut tragbares alltägliches messer jamie williams der designer wie gesagt die klingenlänge liegt hier bei 6,9 cm und ist somit in der perfekten größe für klasse edc messer checkt das ding mal aus ich verlinke natürlich alles unten in der infobox guckt euch das teil an günstig ist es nicht aber wie gesagt das ist ja auch mein motto wer billig kauft kauft zweimal und es gibt natürlich hier für alle leute in allen preisklassen irgendwas zu finden ich habe mich jetzt allerdings für ein paar teile entschieden und die bewegen sich so um diese ecke rum es gibt eine menge zubehör von jrw gear bei der knife lounge es gibt zum beispiel so kleine trays wo man schrauben reinlegen kann alles auch in neon farben dazu hier dieses glow in the dark mit der geilen scheide also für mich einfach ein gelungenes ding und da liegst du mit knapp etwas über 290 euro für das messer auch in einem bereich der bei einem magna cut fix blade mittlerweile vollkommen okay ist ich würde es dafür bezahlen wer das nicht möchte muss es natürlich nicht deswegen seht davon ab in die kommentare zu sagen ist ja alles wieder viel zu teuer jeder kauft sich das wo er bock drauf hat man muss es ja auch nicht ich stelle es natürlich gerne hier vor was ihr damit macht mit den infos ist natürlich eure sache ich finde es aber auf jeden fall passend und ich freue mich schon wenn das ding irgendwann auch in meine sammlung wandert denn das teil hier gehört mir noch nicht noch nicht ist auch geil ja jrw trader richtig cooles teil wir gehen direkt mal weiter zum nächsten so und da sind wir auch schon beim nächsten kracher ich habe es hier direkt vor mir liegen und wer sich ein bisschen auskennt freut sich natürlich schon wenn er diesen schriftzug hier sieht naps oder knaps wie auch viele sagen aber es ist naps das ist schon mal richtig cool und wenn man es umdreht also hier auch mit der american flag usa made aus utah und wenn man es hier umdreht naps steht hinten drauf naps doppelpunkt rhymes with graphs and laughs we are goofy little company that planted our flag in the pocket knife industry we love space kitties quality goods taking chances making mistakes and getting messy buckle up we're glad you're here for the right this will be fun das finde ich süß ansprechend und irgendwie auch richtig cool so kleinen spruch hinten drauf es muss ja nicht immer das trockene einfache verpackte messer sein finde den karton hier auch echt toll gewählt ja geil dann drehst du es um und hier steht drauf ah yeah das genau das gefühl hat man auch wenn man das ding auspackt denn es entstehen direkt kräftigste puko vibes wenn man diesen karton öffnet und wow das ist ein großer karton für ein etwas kleineres messer in dem karton ist nicht viel drin ich weiß nicht ob das so ist aber hier ist ein naps aufkleber was ich schon mal sehr schön finde ähm und dann kommt preisschild liegt da drunter wir sind ja auch in der gleichen preisklasse ich glaube es liegt so um die 290 euro auch ähm lege den karton mal kurz an die seite und dann haben wir das schätzchen hier liegen also wie gesagt es kommen direkt puko vibes auf weil diese form ist dann doch schon ach schön hier mit den roten linern das gefällt mir schon richtig gut also wir befreien das ding toll wow okay wow das ist echt ein oldschool klassiker in einem neuen kleid das finde ich richtig cool also es hat nicht nur puko vibes es ist auch ein richtig cooler puko style und ähm was ich direkt hier sehe am anfang ist das naps logo auf der klinge auf der show side und auf der rückseite die stahl bezeichnung magna cut natürlich und der produzenten stempel der in diesem fall die white river knife and tool company in michigan ist ähm die sind eingelasert und verbreiten direkt so eine leichte patina auf dem rest der klinge das ist schon ziemlich abgefahren finde ich geil machten richtig rustikalen look die klinge hat einen skandi schliff sehr schön gemacht finde ich ordentliche schärfe ab werk finde ich auf jeden fall sehr passend und dann wie gesagt das ist schon toll also die griffschalen sind auf jeden fall richtig schön von von der haptik her das abgefahrene ist das lulu von nerves das design dürfte bekannt sein ist von ben petersen der begründer von nerves wenn petersen den kennen vielleicht noch eine menge leute von euch die gerne und regelmäßig so wie ich auch blade hq geschaut haben und auch weiterhin schauen denn ganz am anfang hat er mit dem sack von sack in the wild zusammen immer den knife banter gemacht und die begrüßung von ben petersen dürfte uns allen noch im ohr schweben das war dieses what is up und da habe ich schon immer eine gänsehaut gekriegt irgendwie ich fand das immer super geil die beiden haben toll miteinander harmoniert menschlich auch ein feiner kerl glaube ich verfolge viel auf instagram von ihm und ja sind persönlich befreundet mit den leuten von der knife lounge ich habe da schon mit neid auf viele fotos geguckt wo ich dachte boah den würde ich auch gerne mal treffen ist ein ziemlich abgefahrener kerl der immer mal wieder unkonventionelle dinge raushaut wie zum beispiel das lander das natürlich auch recht bekannt ist mit wechselbaren griffschalen und da kommen wir auch gleich hier zum großen punkt denn diese möglichkeit usern und besitzern etwas zur verfügung zu stellen dass man selbst modifizieren und selbst benutzen kann wie man das gerne hätte die es wird wie wird immer sehr groß geschrieben bei ben petersen und hier in dem fall auch wenn man dieses messer kauft bekommt man dazu eine open source datei für die griffschalen mit dazu geliefert das heißt ihr könnt in einem 3d drucker wenn ihr selber einen habt oder wenn ihr leute kennt die 3d drucken machen eure griffschalen selbst designen entwerfen in farben materialien formen wie auch immer so dass sie auf dieses messer passen und ganz einfach mit zwei schrauben gelöst werden können das ist auf jeden fall eine richtig coole nummer und das hat man so auch noch nicht so häufig gesehen jetzt aber mal zum messer selbst man sieht hier diese schöne schlanke form es ist halt meiner meinung nach wirklich ein klassisches puko das einen direkt mitnimmt tolle haptik griffschalen wie gesagt haben tollen sitz und es ist einfach ein schöner kleiner schnitzer und slicer das geht sowohl im alltäglichen stadtgebrauch als auch der klassische apfel den man schneiden möchte aber auch im buschkraft einsatz denn es ist sehr kompakt und dadurch ultra robust durch die durchgehende klinge und das leichte jimping drauf könnte ich mir damit auch schwerere holzarbeiten vorstellen weil es macht den eindruck als würde es nicht viel geben was das ding nicht hinkriegt klingen stärke liegt bei 2,8 mm was ein bisschen dünner ist als das traitor gerade aber es fällt überhaupt nicht ins gewicht weil durch die etwas bauchigeren griffschalen die man jetzt hier in der aufnahme kann man das ganz gut sehen die halt so eine eispickel form haben beim eispickel gab es die früher immer diese form damit man beim zustoßen nicht abrutscht und sich verletzt dadurch verjüngt sich das ganze hier oben nochmal und das merkt man natürlich auch sofort wenn man zugreift eine bauchigkeit ist super aber wenn es nach hinten nicht wieder verjüngt ist hat man natürlich die gefahr dass man beim zustechen oder beim hebeln abrutscht und in die klinge greift und das ist das letzte was man möchte vor allem wenn das teil so rasiermesser scharf kommt wie das lulu hier ja hier wie gesagt farbtechnisch was griffschalen und liner angeht braucht man eigentlich nicht näher darauf eingehen weil man sich das ganze so modifizieren kann wie man möchte alles in allem wirklich tolles ding es ist ein gürtel adapter und die kydex mit dabei es ist natürlich auf der seite angegeben links handtauglich weil es hier keine baulichen maßnahmen gibt am messer die irgendetwas verhindern könnten dass man schön anfassen kann alles in allem ein tolles teil ben petersen hut ab mal wieder ein homerun geliefert hier finde ich richtig geil auch die scheide sieht man selbst gedruckt der kydex halter oben ist auch aus dem 3d drucker wie das für mich aussieht man erkennt das manchmal hier unten hier ist noch so ein kleiner grad dran jeder mal mit dem messer rein den kann man gut entfernen das ist also ein kleiner grad der dann übrig bleibt beim 3d druck zum beispiel finde ich aber vollkommen in ordnung hier sieht man diese kleinen fitzelchen die übrig bleiben also ein tolles teil unterstützenswerte geschäftsidee und eine menge cooler leute die an dem projekt beteiligt sind wo wir gerade bei coole leute sind checkt das einfach mal aus bei der maxi ich habe das wie gesagt alles unten verlinkt wenn ihr bock darauf habt euch eins von diesen schätzchen hier zuzulegen zugreifen würde ich sagen also nervs lulu das nächste in unserer reihe kommt hier wieder zurück in seinen karton und dann kümmern wir uns mal direkt schön schön um das nächste und in dieser folge letzte messer das ich euch gerne zeigen würde das ist ein richtiges schätzchen ich drehe durch ich brauche dieses teil ich liebe es jetzt schon eigentlich brauche ich alle die ich hier zeige ich glaube ich werde mir die auch alle zulegen müssen aber an dem hier werde ich nicht vorbeikommen denn es handelt sich hierbei ich lege es mal hier hin um das look out schöner karton look out edc fix blade knife m 390 steel grade 5 titanium lifetime warranty das sind schon sachen die vorne auf dem karton stehen die mich sofort in den band ziehen das messer selbst ist von big idea design dürfte euch bekannt sein für viele tactical pens kugelschreiber bolt action pens machen ein tolles zeug aber ich jetzt was steht denn hier noch drauf big idea design steht hier natürlich drauf hier auch tolles logo big idea design.com designed in collaboration with mark kelsey abs journeyman smith und big idea design in chattanooga und wenn wir das teil hier mal aufmachen das ist schon mal sehr geil hier gibt es erstmal ein kleines cloth also so ein mini das ist wirklich briefmarken style hier ein ganz kleines tuch um meine schmierfinger wieder von der klinge zu wischen nachdem ich es mir angeschaut habe dann ist hier dabei ein big idea design ist ein aufkleber glaube ich ich möchte jetzt nicht auch ja ist ein aufkleber und eine kleine karte thank you for support join our newsletter for exclusive discount codes and deals big idea design.com und hinten drauf nochmal we're here to help support at big idea design.com mit einer adresse zu den youtube videos wo man how to videos von big idea design sich anschauen kann coole sache finde ich immer geil so einen kleinen sidekick nochmal irgendwie auf dem social media ding wo man vielleicht nochmal zusatzinformationen bekommt oder sich anderweitig mit infos versorgen kann ja und da haben wir es vor uns liegen also hier mal ganz anders rundherum in so einer hart plastik einfassung und jetzt kommt der kracher ich nehme es mal raus und darunter befindet sich eine kleine schaumstoffeinlage und eine zweite scheide what the heck ja die zweite scheide die sich hier drin befindet da fragt man sich jetzt was soll denn das warum ist das hier mit dabei es ist tatsächlich so dass die eine für die rechte und die andere für die linke rosentasche ist und das finde ich auf jeden fall mal ordentlich mitgedacht das fix kann man beidseitig verwenden ist für links sowie auch rechtshänder natürlich geeignet aber dann scheitert es ja oft an der scheide dass man die jetzt irgendwie auf der rechten seite hat und wenn man das umdreht steckt das messer entweder falsch rum man kann es nur in so einem reverse draw rausholen oder aber man muss sich irgendwie damit abfinden dass es halt auch nur das messer für linkshänder geeignet ist nicht aber die scheide oder die befestigung in dem fall hier haben die sich da wirklich was einfallen lassen eine zweite scheide einfach mit dazu gelegt und hier ist eine ganz coole befestigungsart für den wirklich genialen clip der hier befestigt wurde das ist ein titan clip der hier fest verschraubt ist richtig geile nummer finde ich da haben sich wirklich was einfallen lassen das macht auf jeden fall sehr wertigen eindruck ist mit das beste was ich bisher so gesehen habe bringt natürlich auch ordentlich baumaterial mit sich das heißt steht schon ein bisschen ab und hat auch ein bisschen mehr gewicht vielleicht aber dadurch dass das aus titan ist fällt das jetzt gar nicht groß auf der griff gefällt mir schon mal sehr gut diese haptik der titan griffschalen hier hat mich direkt mitgenommen und wenn man das ganze auspackt also das ist schon echt ein gelungenes teil würde ich sagen oder also meine herren geniales design wunderschöne materialien und sowas von schlicht also man sieht hier null brandings auf dem messer bis auf einen einzigen kleinen versteckten ein kleines verstecktes branding nämlich hier hinten drauf ist nur ganz klein m 390 für den klingenstahl ansonsten die beiden scheiden noch mal wie gesagt also hier rechts hier links tolle idee richtig cool gemacht und wenn man sich hier das messer jetzt mal so anschaut finde ich das hat schon eine richtig coole design sprache wenn ich mal so hin lege er ist ein bisschen zu unscharf ich hebe es mal lieber um also wow ich bin begeistert es wird als kompaktes hosentaschen fix bezeichnet und genau so würde ich es auch ungefähr einsortieren ich lege mal als vergleichsmoment das ak1 von alex crema beziehungsweise daily knives unter vertrieb von böcker daneben das ist natürlich ein kleines bisschen größer oder hier das sk09 vom sven kinast und da merkt man also hier gibt es noch eine abstufung das ist ein bisschen kleiner als das und das ist noch mal ein bisschen kleiner obwohl ungefähr gleich die klinge kommt etwas kleiner weil weniger bauch da ist deswegen kommt es einem kleiner vor aber von den reinen maßen her würde ich sagen es ist sogar fast identisch mit dem sk09 ja finde ich eine coole sache das design gefällt mir auf jeden fall richtig cooles teil natürlich 42a konform klingenstahl wie gesagt aus m390 griffschalen aus titan die hier mit torx schrauben verschraubt werden wobei die hinteren torx schrauben durchgehend sind und somit gleichzeitig ein lanyard hole bilden coole sache habe ich so auch noch nicht gesehen abgefahrene formen das heft selber das gefällt mir sehr gut ein ganz dezentes jimping das hier vorne mit einer etwas tieferen mulde abschließt und dann gleichzeitig in die swedge übergeht schön gemacht die maße hier gesamtlänge 15,7 cm also schon das kleinste von den drei vorgestellten griffmaterial wie gesagt titan die klingenlänge liegt bei 5,6 cm was auch unheimlich interessant sein kann weil es unter 6 cm ist und dann kommt das klingenmaterial mit m390 natürlich daher und die klingenstärke liegt hier bei glatten 3 mm von einer geilen company von der wir natürlich auch schon eine menge gehört haben und wo fast jeder von uns schon mal so ein stift gesehen oder vielleicht sogar schon in der hand gehabt hat oder vielleicht besitzt ihr sogar ein das hier ist auf jeden fall eine coole erweiterung und ganz ehrlich mit 205 euro für dieses messer hier ist das auch mehr als gerechtfertigt ich finde es auf jeden fall richtig schön und ich brauche glaube ich nicht dazu sagen dass das ding hier in meine sammlung wandern wird oder muss ich das sagen nee oder ja schauen wir mal gut das soll es für heute allerdings erstmal gewesen sein und zwar hier mit dem look out von big idea design mit dem trader von jrw und mit dem lulu von navs ich hoffe das hat euch gefallen schreibt mir gerne mal in die kommentare lasst daumen nach oben da um den kanal hier zu unterstützen ein abo ist kostenlos und hilft mir unheimlich weiter um mir zu zeigen ich bin da auf dem richtigen weg also haut auf die knöpfe ansonsten freue ich mich dass ihr wieder mit dabei wart wir sehen uns in der nächsten folge wenn es wieder heißt glück auf ihr räuber bis dahin und tschüss jetzt ja 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 ja